Hallo, guten Tag. Kannst du mir jetzt mal sagen, warum du das machst? Nein, du ein Kack-Nazi bist. Ich bin kein Kack-Nazi. Du bist ein scheiß Nazi. Du bist dieser Reichweiter-Typ. Du verfissst dich jetzt hier. Ich sehe das nicht ein, mich hier zu verfissen. Ich bin nämlich kein Nazi. Achso, ich habe Ansprüche. Ich möchte ihn anzeigen. Hallo, Polizist. Ich möchte den Mann anzeigen, der hat mich Nazi genannt. Ich habe Ansprüche. Hallo, hören Sie mich hier gerade? Ich möchte diesen Mann anzeigen, der hat mich Nazi genannt. Ich möchte diesen Menschen anzeigen. Der hat mich Nazi genannt. Ich habe Ansprüche. Ich fühle mich in die Situation. Ich fühle mich in meiner Erde beleidigt. Ja? Komm mit? Das ist der dort. Den lassen Sie jetzt gehen. Der ist ein Fieber. Ich zeige die Anzeige. Ja. Ja, der Polizei ist das total egal, wenn man hier Nazi genannt wird. Kannst du ja machen. Aber wir haben kein anderer Maßnahme, den kann ich jetzt nicht anzeigen aufnehmen. Ja, ich sehe, wie ihr total überfordert seid. Unglaublich. Da stehen die Polizisten, machen nichts. Überall, an jeder Ecke stehen die Polizisten.